Ah ja die allererste. Oh wow. Ach die erste Karte wieder. Mein Gott. Ich habe Tear und Schmetterling und du? Nein wir haben das, oh wir haben dasselbe. Ja stark. Ja dann würde ich sagen easy peasy. Alles voll mit Tear klatschen. Würde ich auch so sagen. Macht ja am meisten Sinn. Ist das dumm. Und wir verlieren durchgehend Leben ist auch noch so ein Punkt. Oh wir verlieren schon. Was macht eigentlich dieses Tool hier was ich gerade habe. Das heilt unsere Tore aufzubrechen. Naja und ich aber auch. Sehr gut. Das haben wir beide. Hat aber einen langen cooldown ersetzt als wird er erst einen kurz bevor wir sterben. Ja. Wenn wir tot sind haben wir verloren. Ne. Weiß ich nicht. Ich hab nicht bei. Ohne Kopf passt man definitiv leichter durchführen. Nutz auch die Lebenszeige die hier oben liegen gell. Ja ja klar. Aber passt doch alles. Noch. Nimmst du oder? Ja ich wollte nur noch ein bisschen runter ticken lassen. Ich hab noch die selbe Waffe gell. Ja wir sind komplett identisch. Ich sech grad ja. Ja. Also Charakter und so ist alles immer vorgegeben. Ja, macht eigentlich aber auch ganz ehrlich Sinn, weil... Ja. Sonst könntest du ja mit zwei Leuten theoretischerweise einen Vorteil haben. Mhm. Ho! Oh, nur knapp. Ich weiß ja nicht, ob man dann verliert oder nicht. Das würde mich auch noch echt interessieren. Wir wollen es einfach nicht ausprobieren, oder? Nee. Wobei, theoretisch wäre witzig, ne? Wie du bist. Nein, nein. Ich hab nicht genug Münzen. Verflixt, hab nicht genug Münzen. Ja, Sarit nicht. So viele Lebenstränke hab ich noch lange... hab ich lange nicht gesehen. Glaube ich eh direkt. Schnell voll die Tränen einfach rumgehen wieder. Ja, hat er grad gesagt. Das sind so viele Lebenstränke. Ja. Ja. Jo... Wir haben sogar noch ein Zeitlimit. naja sehe ich auch jetzt die frage ist es dann so schlau direkt am anfang hier die sachen zu platzieren was meinst du weil die dann die laufen dann direkt durch werden wieder zurück das ist und unsinn ja so in einer reihe kannst du jetzt machen ja das geht ja bei die übereinander weiß ich nicht das so gut weil ich gehe alle gleichzeitig auch gesehen dafür hier ist es komplett egal ich meine generell so aber ganz gut zu wissen übereinander die folgen gleichzeitig macht eigentlich auch sinn aber schade eigentlich dass die fallen nicht klug genug sind das zu unterscheiden dann die stürmer ist ein einfaches game ich denke man kann ja auch schaden ich habe vergessen ja der ist dann die nur ja aber trotzdem nutzen noch nicht mein gott kann doch viele gerade noch ich habe jetzt so achtsammer herrungenschaft freigeschaltet sammler herrungenschaft freigeschaltet herausforderung angenommen schließlich jede wöchentlich herausforderung habe ich bekommen lol was ja ich hätte herausforderung angenommen ist es der tiefen für alle herausforderungen abschließen ja klar wir machen eine von 18 easy peasy abgeschlossen abonnierst 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 Untertitelung des ZDF, 2020